Eine Passagiermaschine von Green Air ist bei der Landung auf dem Flughafen Magdan Cebu auf den Philippinen über die Landebahn hinausgeschossen. Das Flugzeug KE 631 startet am Sonntag um 18.35 Uhr in Inchon in Richtung Cebu. Die Maschine versuchte gegen 23 Uhr Ortszeit bei schlechtem Wetter auf dem Flughafen Magdan Cebu zu landen. Nach zwei abgebrochenen Landeanflügen konnte sie zwar etwa eine Stunde später als geplant auf dem Boden aufsetzen, schoss jedoch weit über die Landebahn hinaus. An Bord waren 162 Passagiere und elf Besatzungsmitglieder. Wie verlautete, gäbe es nur leicht Verletzte. Da die Maschine mit beschädigtem Fahrwerk in der Nähe der Landebahn zum Stehen gekommen war, musste die Landebahn gesperrt werden. Infolge des Unfalls musste eine Passagiermaschine von Gene Air, die auf Cebu landen sollte, zum Flughafen Manila umgeleitet werden. Das südkoreanische Ministerium für Landinfrastruktur und Verkehr setzte eine Zentrale ein, welche die Schäden ermitteln und Unfallursache klären soll. Der Untersuchungsausschuss für Luftfahrt und Eisenbahnunfälle sowie das Ministerium wollen Mitarbeiter schicken, damit sie sich an der Untersuchung vor Ort beteiligen werden. Korean Air will die genaue Unfallursache ermitteln und eine Ersatzmaschine schicken, um die für den Rückflug mit der Unglücksmaschine gebuchten Passagiere bald nach Südkorea zu bringen. Der Präsident der Fluggesellschaft, Ugi Hong, entschuldigte sich und versprach, keine Bemühungen auszulassen und mit der philippinischen Luftfahrtbehörde und koreanischen Behörden eng zu kooperieren.